Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von RoomUp TV. Ich bin der Christian und ich möchte euch heute einen neuen Boden von Parador vorstellen, dem Basic 5.3. Wie ihr vielleicht schon in anderen Videos von uns gesehen habt, haben 2018 bereits andere Hersteller das Rigid Vinyl auf den Markt gebracht. Parador folgt nun ebenfalls diesem Trend mit dem Basic 5.3 und das ist die perfekte innovative Antwort auf den Trendbelag. Die Erweiterung führt dazu, dass es jetzt vier Vinylbelege zur Auswahl von Parador gibt. Und da der Hersteller nicht Rigid Vinyl, sondern SPC Trägerplatte sagt, verwende ich heute in dem Video anstatt Rigid Vinyl auch das Wort SPC Trägerplatte. Für wen eignet sich der Boden? Generell eignet sich der Basic 5.3 durch seine wohngesunden Inhaltsstoffe und seine Materialien, aus denen er hergestellt wird, für ökologisch denkende Menschen, die Wert auf ein gesundes Zuhause legen. Durch seine robuste Art und seine Strapazierfähigkeit eignet er sich für die gesamte Wohnung, weil im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Vinyl ist der Basic 5.3 durch seinen SPC Träger wasserfest und lässt sich halt auch ohne Probleme in einen Feuchtraum wie die Küche oder das Badezimmer verlegen. Auch stehendes Wasser macht den Boden nicht aus, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Und durch seine fußwarme Eigenschaft eignet er sich zum Beispiel auch hervorragend für Wohnbereiche wie das Wohnzimmer, das Schlafzimmer oder zum Beispiel auch das Kinderzimmer. Durch den integrierten Akustikgegenzug beim Basic 5.3 hier auf der Rückseite entsteht eine angenehme Raumakustik, was sich optimal für einen Flur zum Beispiel anbietet. Das kennt ihr ja vielleicht, wenn er so ein bisschen Schall, ein bisschen Hall ist oder im Kinderzimmer, um den Geräuschpiegel zu reduzieren. Ebenso verbessert er den Trittschall für unterliegende Wohnungen. Die UV-Vergütungsschicht hier oben drauf sorgt dafür, dass er nicht so anfällig ist bei Licht- oder bei Sonneneinstrahlung. Dadurch erfährt er einfach keine negativen Auswirkungen. Im Gegensatz zu einem Vinylboden ist es so, dass es kein Problem ist, den Boden im Wintergarten zu verlegen oder in einem Raum mit bodentiefen Fenstern. Auf Südseite zum Beispiel, das macht dem Boden nichts aus. Auch ist der Basic 5.3 besser vor Abrieb oder vor Verkratzung geschützt. Einfach durch seine Nutzschicht entstehen Kratzer nicht so schnell. Der Boden mit der SPC-Trägerplatte lässt sich ohne Sorge in jeglichen Räumlichkeiten verlegen. Kommen wir zum Aufbau des Basic 5.3. Ganz oben befindet sich die UV-Vergütungsschicht, die dafür zuständig ist, dass der Boden nachhaltig vor Lichteinstrahlung oder vor der Sonne geschützt ist. Darunter befindet sich eine Vinyl-Nutzschicht von 0,3 mm, die dem Boden seine Strapazierfähigkeit verleiht und dafür sorgt, dass er einfach kratzfest ist. Unter der Nutzschicht befindet sich die Vinyl-Dekorschicht. Diese gibt dem Boden die Optik, wie hier in dem Fall. Ich habe euch jetzt mal eine Blanke mitgebracht in der Optik Eiche Natur. Darunter befindet sich die SPC-Trägerplatte, wie sie Parador nennt, mit dem Komfort-Klick-System, die sehr stabil ist und den Boden einfach schwimmend verlegen lässt. Ganz unten befindet sich der Akustik-Gegenzug, wie ich bereits auch vorhin schon erwähnt habe, die dafür sorgt, dass sich die Raumakustik bzw. der Trittschall nach unten verbessert. Trotz der integrierten SPC-Trägerplatte überrascht der Basic 5.3 durch seine geringe Aufbauhöhe, die wie der Name schon sagt lediglich 5,3 mm stark ist. Daher ist der Boden, obwohl er so robust ist, bei der Verlegung immer noch sehr flexibel. Bei dem Dekor, was ich euch heute mitgebracht habe, Eiche Natur, hat die Oberfläche eine gebürstete Struktur, welche den Boden echt und authentisch aussehen lässt. Kommen wir zur Verlegung des Bodens. Der Parador Basic 5.3 lässt sich ohne große Vorbereitung verlegen. Das heißt, er muss nicht akklimatisieren wie andere Bodenbeläge und kann dadurch direkt nach dem Kauf verlegt werden. Der Boden benötigt keine zusätzliche Unterlage wie eine Trittschalldämmung oder nochmal eine PE-Folie und kann direkt über Fließen oder leichte Unebenheit verlegt werden. Dazu erhält er die Freigabe zur Verlegung bei einer warmen Wasserfußbodenheizung. Dank des Komfort-Click-System von Parador lässt sich der Boden für jeden Hobbyhandwerker ganz einfach und schnell verlegen. So, ich hoffe, ich konnte euch den Parador Basic 5.3 mit seinen Besonderheiten näher bringen. Falls ihr mehr über Rigid oder den Boden mit SPC-Trägerplatte erfahren möchtet, empfehle ich euch unsere anderen beiden Videos auf unserem YouTube-Kanal. Falls ihr dazu irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns gerne per E-Mail oder Telefon erreichen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Gerne könnt ihr unseren YouTube-Kanal abonnieren oder uns auf unseren anderen Social-Media-Kanälen folgen. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal.